Verehrte Bestgäste, vor allem verehrter Herr Prof. Blath, lieber Herr Blath, verehrter Herr Prof. Rotzuhl, ich freue mich und darf Sie herzlich die Grüße der Landeshauptstadt überbringen. Ich freue mich und möchte ausdrücklich auch die ausländischen Ehre-Gäste willkommen heißen aus unseren Partnerstädten Kairo, Straßburg und der Altpartnerstadt Budapest, weil wir freundschaftlich über die Mineralwässer verbunden sind. Ich darf sozusagen auf die ganze Internationalität willkommen zu heißen, die Vertreter der Mäste auch begrüßen. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Jubiläum, zum 50. Geburtstag, ein schönes Jubiläum, aber ich denke, Grund zum Feiern. Und dieses Institut und dieses Berufskolleg geht weit über das Mögliche hinaus, was Berufskollegs an Angeboten und an Profilen haben. Und deshalb freue ich mich außerordentlich, dass ich dem Traum der Familie, dem Vater, dem Vater, dem sieblicher Vertrag, der Familie gekommen heißen darf und ihnen die besten Wünsche der Stadt überbringen darf.